hallo liebe zuschauer hier ist der frank schuh von elga traver live wir machen jetzt zum einen oder ich mache jetzt für euch zum einen und zwar diesmal für alle ein paar updates zu den märkten weil die werden ja langsam spannend und auch die ein oder andere analyse durchaus knapp aber ganz besonders wichtig ist für alle abonnenten für alle kanalmitglieder generell ich bin jetzt ab heute nachmittag auf reisen und komme frühestens am sonntag zurück kann aber sein dass sich diese zeit noch mal etwas erweitert dann würde ich natürlich eine nachricht geben in dieser zeit ab heute nachmittag so gegen 17 uhr findet dann kein livestream mehr statt und es werden dann auch in dieser zeit keine analysen veröffentlicht und ich gebe dann bescheid ob es am montag mit den wochenanalysen weitergeht oder ob ich da noch etwas mehr zeit benötige lässt sich nicht ändern ich bin beruflich unterwegs es winkt eine neue große aufgabe und da muss ich prioritäten setzen also weiter geht's mit den analysen wir sind hier im dax index und der vier stunden chart erstmal ja okay der ist jetzt nicht so aussagefähig kommen wir gehen mal ein bisschen weiter raus aus dem bild ich habe hier ganz oben das allzeithoch bei 16.360 punkten das ist auch gleichzeitig unsere make or break linie und kurz darunter das ende der ballot 2 punkt a die gefahr dass das allzeithoch nach oben bricht ist im dax index verhältnismäßig groß nichtsdestotrotz ich halte es so dass ich statt einem alternativ szenario hier jetzt einfach abwarte ob meine zählweise hält und damit die make or break linie denn erst wenn die gebrochen wird dann wird die analyse geändert ja oder der kurs geht halt eben runter so wie ich es halt eben prognostiziert habe das ist das jetzt im etwas größeren bild und dann sehen wir hier noch mal im vier stunden chart dann den nächsten move es sollte jetzt eine kleine erholung kommen hier bis in den bereich von ca 15.350 oder 60 und dann geht es noch mal eine etage höher und hier sollte dann bei knapp 16.000 sollte schluss sein soweit zum dax index und im nestex sieht das dann so aus da haben wir hier die wähle zwei ob die jetzt tatsächlich hier bei exakt 12.470 vorbei war oder warte moment ich muss das kurz anpassen wenn ich sage exakt sekunde doch bei 12.470 vorbei war oder ob die den spielraum hier noch ausnutzt das ist die frage also unter vorbehalt ist sie zwei vorbei in dem fall ist jetzt erst mal runter in die welle 3 die make or break linie hier beim nester bei 12.749 ist nicht die make or break linie für das allzeithoch sondern das ist einfach das nächste oder das letzte hoch was wir hatten hier in der welle 2 bei 12.752 punkten hier der weg den ich hier jetzt voraus berechnet habe hier den nestex damit gehen wir weiter zum s&p 500 im s&p sind wir gut auf schiene da haben wir jetzt exakt die welle a wie ich sie eingezeichnet habe gestern erreicht ich erwarte nun sofern die zu ende ist auch die darf natürlich sich noch mal ein bisschen weiter nach oben bewegen wenn die beendet ist machen wir eine welle b eine welle c beenden die welle 2 und die sollte im bereich von circa 4091 punkten landen die anderen retracements die ihr hier seht sind genauso möglich und dann geht es weiter runter in der welle 3 bis im bereich 3660 so wie ihr die marken hier seht könnt ihr euch selber anschauen soweit zum s&p 500 im dow jones index und wir machen mal kurz in vier stunden schad vielleicht da ist das hier der weg den wir beschreiten laut meiner berechnung kurzer rückgang jetzt hier in der b noch mal kurz hoch in die welle 2 das sind keine großen bewegungen hier jetzt ja und dann runter in die welle 3 bei 30.730 oder 40 so und die welle 2 erwarte ich grob im bereich 33.740 oder etwas höher ich mache auch hier die retracements mal dran damit man sich das besser merken kann denn alles das was jetzt angezeigt wird ist erlaubt die 50 prozent hätten wir bereits 61 ist nice 78,6 ist auch noch möglich und 88,7 ist die letzte ausfahrt so weit zum dow jones index machen wir weiter mit dem euro us dollar hier im euro kann es durchaus sein dass die welle zwar jetzt hier bei knapp unter 61 moment was haben wir denn genau gemacht bei 59,6 prozent abgeschlossen wurde kann aber auch sein dass er nochmal und dass er nochmal hier drüber fliegen ich sag dass man vier stunden start dann würden wir hier in dieser bandbreite landen so er macht gerade anstalten nach unten zu gehen da müssen wir schauen wann sich das bestätigt wir würden ja dann erstmal eine welle eins machen die wäre dann aber erst hier zu ende aber wenn wir erstmal hier drunter fallen unter diese alte b hier bei 105765 dann ist das schon ein indiz dafür dass wir die zwei allmählich einbuchen können ja also dranbleiben hier könnte man selbstverständlich jetzt zumindest auf die begründete hoffnung hin dass das ding jetzt zu ende ist einfach hier mal einen ganz knappen stopp setzen und den markt nach unten an testen das kann man machen weil hier oben da war der das letzte mal hier am 21 februar das heißt das hier hat eine gewisse stabilität und der macht es in der regel so wenn er oben angeklopft hat und der nimmt den markt nicht dann neigt er dazu auf die untere linie bis an die untere linie ranzulaufen und die ist dann also haben wir mehrere aber in diesem bereich 1 0 5 da sollten wir schon reinlaufen dann ungefähr so in diesem bereich 1 0 5 7 7 9 das wäre so zirka der bereich das ist das feld in dem der markt sich dann erstmal bewegt bis er sich für die richtung entschieden hat laut elliott höf ist die richtung nach unten und würde hier in die 1 2 3 4 5 münden soweit zum euro us dollar im gas hatte ich rechtzeitig letzte woche die welle 2 hier angekündigt ich hatte gesagt ich gehe aus dem markt raus ich war steigend hatte gewinne mitgenommen ich sage okay nachdem der markt jetzt nur das hier gemacht hat wird es jetzt zeit für eine konsolidierung da ist die konsolidierung die große frage ist jetzt die er hat schon die mindestanforderung für die welle 2 erfüllt ich habe sie jetzt beim optimum noch stehen lassen weil es gibt ja noch keine bestätigung dafür dass die welle 2 vorbei ist aber das kann jetzt eine abc sein das kann aber auch schon das ende der welle 2 sein wenn der bock hat der markt und der hat saft dann geht der dann zieht er nach oben durch dann juckt den das nicht weiter ja wenn er das sauber macht geht er jetzt erstmal hoch und geht noch mal runter das heißt wir sind hier im steigenden markt das muss ich ganz klar betonen wir haben ja hier das tief unten eingebucht hier bei 1 ich kann es nicht lesen gerade aber so ungefähr im bereich 196 habe ich das tief eingebucht ja also jetzt ist die frage folgende also ich halte fest der markt ist ein steigender markt derzeit ja und zwar schon seit hier ungebrochen quasi seit dem 22 februar das ist ja schon mal eine strecke die er zurückgelegt hat jetzt von 1 90 bis hier im bereich 302 es kann jetzt nicht ausgeschlossen werden dass er weiter runter läuft ganz im gegenteil das ist relativ wahrscheinlich aber rein psychologisch ist es so der läuft jetzt erstmal hoch die leute sagen alles blödsinn mit der 2 gehen gerne steigend und dann werden sie verarscht und er geht dann doch zurück die die wahrscheinlichkeit überwiegt derzeit 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 nicht so eilig wie wir als kleine händler die gerne heute als morgen die kohle einstreichen der markt ihr seht das ja in den indizes das ist lähmernd das ist das ist das ist wie koma da tut sich gar nichts die haben einfach zeit ja in der zeit verlieren viele leute durch hopping sehr viel geld ich warte nach wie vor ab ich gehe noch nicht rein und wenn ich was verpasse ist das nicht so schlimm ich habe ja nichts verloren also steigender markt wer jetzt einsteigen will der müsste realistischerweise seinen stopp hier unten drunter setzen unter 208 und das wäre oder ungefähr bei zwei sogar das wäre happig also dann wäre der ganze weg hier den er gemacht hat fast das risiko oder man macht es ganz anders und sagt sich auch kaum scheiß drauf ich bin so sicher der markt der will nach oben dann setzt er direkt den stopp hier drunter und sagt einfach okay falls es das tief gewesen ist dann bin ich der ganz frühe vogel und dann bin ich dabei und der markt geht hoch und ich nehme das mit ja in dem vollen bewusstsein dass man hier ganz schnell rausgekegelt ist wenn es das nicht gewesen ist jetzt habe ich alle möglichkeiten angeboten entscheiden müsste ja sowieso selber ich mache hier ja keine anlageberatung also weiter geht es dann mit dem öl so sieht es jetzt im rohöl aus ich habe hier die welle umbenannt hier das war vorher eine 2 ich habe jetzt hier die abc angepasst abc wenn ihr euch wundert dass die drei eine abc bildet das heißt diese drei besteht aus einer abc dann liegt das schlicht daran dass wir es hier in diesem markt mit einem diagonal zu tun haben so und dann ist das immer so ganz normal dann ist natürlich diese welle ist fünf wellig diese welle ist drei wellig und die wieder fünf wellig und insgesamt ist es eine abc jetzt gehe ich weiter runter wir sehen jetzt hier das endgültige ziel da ganz unten im bereich von circa 60 was ich erwarte ja der ist jetzt natürlich kräftig gestiegen die welle b hier oben kann vorbei sein darf sich aber auch noch weiter ausdehnen aber wenn wir jetzt näher rangehen sehen wir dass der markt sich bemüht hier gerade wir warten das ergebnis ab tendenziell von der wahrscheinlichkeit her erwarte ich jetzt eher fallende kurse weil er jetzt hier eigentlich ganz guten job gemacht hat ok ja das erstmal dazu dann von hier aus geht es dann weiter ich gehe den vier stunden schad in dieser bewegung hier in die welle 3 mit ziel der welle 3 im bereich 62 62 bis 63 ok so weit zum öl weiter mit dem gold da haben wir das größere bild hier im gold hier oben die welle 2 es geht runter in die welle 3 hier das ist die welle 1 und die welle 2 winkt da oben da schauen wir uns jetzt mal an im vier stunden start das ganze an ich gehe aber zurück damit ihr besser sehen könnt hier in welcher art von bewegung das läuft hier das sind die marken die könnte ich gerne merken screenshotten notieren was auch immer hier zwölf stunden start da sieht man schon mal die 2 wo ich die in etwa ansiedel so zwischen 15 und 88 7 mit der tendenz zu diesen hier natürlich ist es möglich dass die 2 oder entschuldigung die 1 hier nochmal neues tief macht das ist durchaus machbar ja generell geht das ganze nach unten im vier stunden start dann hier das soll dann werden eine abc letzten endes ja ok so weit zum gold weiter geht es mit dem silber ja beim silber hier im vier stunden start ihr seht hier unten da erwarte ich eine welle 2 im bereich von 20 26 das übermacht was es soll es fällt und ja aber hat auch schon seine 50 prozent gemacht das silber hat damit die erlaubnis auch wieder zu steigen aber ich bleibe jetzt erstmal dabei dass ich hier noch etwas weiteren rücklauf erst mal sehe das werden wir dann sehen aber es hat seine pflicht bereits getan also der übergeordnete trend hier beim silber ist dann erstmal wieder steigend soweit von den neuen märkten danke fürs zuschauen und denken sie daran die nächste tage findet ihr kein programm statt ich wünsche euch trotzdem viel erfolg und alles liebe der frank schuh von elliott waver live ihr könnt ihr euch auch hier mit dem lausen ich ihr 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 Vielen Dank.